Hallo liebe Löwefrau, lieber Löwemann, hier ist die Inbal von Inbalstarot.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 3. bis 5. April aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung und den Link zu deiner Monatslegung für April 2020. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Löwe, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Zehn der Stäbe, der Magier, die hohe Priesterin, ach der Kelche, gut, hier der Mond. Mond hier, Mond hier, mit den Gefühlen ist dieser Mensch komplett bei dir, Löwe. Komplett bei dir. Es gibt hier einen Umstand, den sie als erfüllend betrachtet hatten. Und jetzt, da sie da sind, merken sie, dass ihre Gefühle komplett bei dir sind. Also, der Frau, dem Mann, der nicht da ist, okay? Und was jetzt dieser Mensch hier tun möchte, ist, einen Weg finden, um diese Last des Unglücks, diese Last der Fehlentscheidung loszuwerden und eine neue Welt zu kreieren. Ich habe hier zehn der Stäbe, das ist die letzte Karte, bevor man alles fallen lässt und irgendwo neu startet. Und dann folgt der Nach, null Karte. Also kann der Nach folgen, muss nicht. Hier habe ich der Magier, die zweite Karte, und hier die hohe Priesterin, die dritte Karte im Tarot. Die Karten sind sehr gut durchmischt, keine Sorge. Die wollen hier komplett neu beginnen, komplett neu beginnen mit dir. Hier haben sie alle Tools auf dem Tisch, die sind imstande, ein neues Leben zu kreieren mit dir, auch ihr Leben neu auszurichten. Und hier habe ich die hohe Priesterin, dabei gehen sie intuitiv vor. Und was mir jetzt hier fehlt, ist der Nach. Dieser Mensch hat die Nase voll von der gegenwärtigen Situation, ja, und will jetzt auch hier neu starten. Ja, aber mir fehlt der Nach. Das Risiko einzugehen. Das Risiko hier, dass man dieses Risiko eingeht, alles zurücklässt, das fehlt mir. Deswegen, was sage ich, es kann sein, dass hier danach der Nach folgt, muss nicht. Es kann hier auch aus der Kelche, aus der Stäbe, aus der Münzen, aus der Schwerter sein. Hier danach ist auch ein Start, aber nicht so fundamental, dass dann danach Magier und hohe Priesterin Aktionen folgen können. Okay? Wir werden es jetzt sehen. Wir werden es jetzt sehen. Auf deiner Seite habe ich Königin der Schwerter, 9 der Münzen. Vielen Dank, Inbal, für die Infos, aber ich bleibe Single. Mir geht es alleine, geht es mir besser, alleine bin ich besser dran. Sie mögen ja hier 10 Stäbe mit sich rumschleppen. Ich lasse es mir verdammt gut gehen. Finanziell geht es bei mir, läuft es bei mir gut. Ich habe eine stabile Basis und ich habe langfristige Pläne mit meinem Leben. Die Königin der Schwerter denkt langfristig strategisch und du denkst dir, dass es für deine langfristigen Pläne am besten wäre, wenn du dich nicht binden lässt. Okay? Das hier ist gut to know für dich. Gut to know. Vielen Dank für die Info. Das ist sowas. Auf der Seite von Herzensdame, Herzensmann habe ich Gerechtigkeit und Schwerter. Zehnder Schwerter, mein Gott. Löwe, ich bin fertig mit dem, was war. Bitte lass uns nochmal probieren. Lass uns nochmal probieren. Voll am Ende hier. Voll am Ende hier. Damit dieser Mensch jetzt dieses Risiko eingehen könnte, also der nah erscheint, müssten sie jetzt Zehnder Kelche und Zehnder Münzen mit dir sehen. Also das absolute Glück und die absolute Stabilität. Zehnder Münzen werden sie sehen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nein, ich will hier nichts sagen. Sie müssen Zehnder Kelche und Zehnder Münzen sehen. Okay? Die Sache ist, bei Neuermünzen ist die Sache eben, dieser Mensch kann materiell sehr viel bieten, aber lässt sich noch nicht binden. Jetzt im Kontext hier. Deswegen weiss ich nicht so sehr, wie sehr dein Herzensmann, deine Herzensdame bei dir Potenzial für eine feste Partnerschaft sieht, gemäß seinen, ihren Vorstellungen. Egal ob jetzt Monogam, Polygam, was auch immer, aber mit festen Regeln. Schauen wir mal. Zwar, Königin der Stäbe und Page der Münzen. Die werden hier deine Aufmerksamkeit erhaschen, Löwe. Mach dich gefasst. Die haben dich nicht interessiert, solange sie sich für dich interessiert haben. Und plötzlich bemerkst du hier, spürst du hier, dass sie ihre Ressourcen woanders reinstecken. Was auch immer das sein könnte, das kann auch ganz einfach nur sein, dass dieser Mensch sich um eigene Projekte kümmert und dadurch abwesend wirkt. Und ihr müsst nicht einmal Kontakt haben, das ist energetisch. So wie ich euch jetzt hier aufnehme, nehmt ihr auch die Menschen um euch so auf, so wahr. Und kaum wendet sich ihre Aufmerksamkeit hier ab, denkst du hoch. Was war da jetzt mit diesen Menschen? Die waren doch an mir interessiert. Eben, Zehn der Münzen und Zehn der Kelche muss ich auch bei diesen Menschen festsetzen, damit sie hier das Risiko hier überhaupt eingehen können. Das Vorhaben haben wir alle. Deine Pläne hier sind auch ganz cool. Und man muss es auch umsetzen, gell? Ich werde jetzt hier von Wider bis Fische schauen, wie jedes Sternzeichen zu dir steht und was vom 3. bis 5. April zwischen euch passieren wird. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendenz sowie Sonnenzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen und die Infos dann als Ergänzung zu dieser Legung hier nehmen. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.